Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Ja, moin moin aus Lensburg und herzlich willkommen zur Besprechung von Trap No Way Out, dem neuen Film von M. Night Shyamalan. Wir sind gebildete Intellektuelle, deswegen können wir diesen Namen fehlerfrei aussprechen. Herzlich willkommen auch Stu, hallo, schön, dass du da bist. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, und wir machen jetzt gleich mal so ein Disclaimer. Es ist ein M. Night Shyamalan-Film. Wer jetzt einfach völlig blanko ins Kino gehen will, macht das gerne. Macht aus und dann hört ihr weiter, wenn ihr wiederkommt. Trap läuft seit heute im Kino, also seit dem 1. August. Wenn wir das aufnehmen, wir beides, du und ich haben ihn heute schon gesehen und wir konnten ihn auch nicht vorab sehen, weil dieser Film der Presse vorab nicht gezeigt wurde. Da können wir vielleicht im Laufe des Gesprächs auch nochmal so ein bisschen drauf eingehen, warum das vielleicht der Fall sein oder der Fall gewesen ist vielmehr. Wenn ihr das schon mal von uns irgendwie gehört habt, die beiden haben wir doch schon mal mit Shyamalan. Da war doch irgendwas. Ja, uns beiden ist in der Recherche, wir haben Bob Andrews beauftragt von den drei Fragezeichen und der hat mal ins Archiv geguckt. Vor knapp anderthalb Jahren haben wir nämlich den letzten Shyamalan besprochen, Knock at the Cabin, den ich immer wieder Cabin in Notes nennen will, aber das ist ja der andere Film von Drew Coddard, glaube ich. Und deswegen machen wir jetzt heute nicht mal so eine ausführliche, wie stehen wir zu M. Night und wie finden wir ihn, weil wenn ihr das hören wollt, könnt ihr da nochmal reinhören. Also Kurzform, wir finden ihn beide so Ups und Downs, wir mögen Sachen, wir mögen Sachen nicht und das ist die Kurzform hiervon, denn wir wollen uns heute ein bisschen fokussieren auf Trap. Da kommen wir aber nicht umher, ja, eigentlich bei jedem Film die Erwartung einmal abzuklopfen. Wie ist das denn bei dir, wenn du jetzt weißt, da kommt ein neuer M. Night Shyamalan-Film rein und du siehst vermutlich ja den ersten Trailer, weil du ja ein doch hochfrequentierter Kinogänger bist. Hast du vorher von Trap Trailer gesehen und wenn ja, was haben die mit deinen Erwartungen gemacht? Ich habe sogar mehrere Trailer und Teaser gesehen, auch wirklich im Kino selbst und mein erster Gedanke war, als ich den Trailer gesehen habe und der Trailer enthüllt ja auch schon etwas, dass Trap vielleicht genauso sein wird wie der eben von dir erwähnten Knock at the Cabin, nämlich, dass alle oder jeder, der einen Shyamalan-Film schon mal gesehen hat, erwartet, dass da jetzt irgendwie ein großer Plot-Twist kommt und der große Plot-Twist ist am Ende aber, es gibt keinen Plot-Twist und ich dachte mir, okay, gefällt mir, weil ich finde Shyamalan als Filmmacher sehr interessant, wie gesagt, bei Knock at the Cabin rein, da erfahrt ihr mehr, aber mich hat es halt irgendwann schon so ein bisschen angeödet, immer so, er macht einen neuen Film und jetzt muss aber auch ein geiler Plot-Twist oder irgendein Plot-Twist drin sein und ich finde es ganz gut, dass er sich davon anscheinend so langsam aber sicher löst und deswegen war ich sehr positiv gestimmt nach den ersten Schwellern und war auch wirklich auf diesen Film gespannt. Ich finde auch, dass diese Trailer immer was bei ihm machen mit diesen Erwartungshaltungen, weil man immer denkt, da muss noch mehr hinter stecken und gleichzeitig ist spätestens bei mir seit Knock at the Cabin so ein bisschen das Gefühl da, dass sich der Gute mit seinem mittlerweile auch schon etwas betagteren Alter so ein bisschen davon freizuschwimmen versucht. Er hat vor ein paar Jahren ja sehr unabhängig gearbeitet, jetzt geht er dann doch wieder zu den großen Verleihern, um zumindest seine Filme vertreiben zu lassen und zeigt sie uns als Presse halt vorher nicht und da müssen wir gleich mal drüber sprechen. Aber ich war sehr gespannt, was er damit macht und gleichzeitig hatte ich große Befürchtungen, dass wir, und das ist momentan, finde ich, echt ein schwieriges Thema in Hollywood, Trailer. Ich finde, Trailer sind momentan furchtbar. Es gibt fast keine guten Trailer mehr, weil sie alle zu lang sind und viel zu viel offenbaren und das war auch meine große Angst bei Trap. Deswegen war ich, als die Presseverführungen ausfiel und keine veranstaltet wurden, dachte ich schon, mhm, ist ja meist nicht so ein gutes Zeichen, wissen wir als Insider so ein bisschen. Aber ich war trotzdem dann so ein bisschen so, ey, komm, ich hab dann schon Bock, den am Starttag zu sehen, weil ich möchte nicht in drei, vier Tagen bei Twitter oder bei X oder wie das heißt rumlatschen und dann die ganzen Spoiler, wenn es denn welche gibt, mir durchlesen müssen. Und was ich halt auch sehr spannend finde, weil wir haben ihn ja jetzt auch in einem regulären Publikum gesehen und ich weiß nicht, wie es bei ihr war. Als ich aus dem Saal rauskam, hatte ich halt alles dabei. Da waren Leute, es war relativ voll für den Neustagabend bei mir und da waren Leute, die haben sich tierisch aufgeregt. Und ja, ich hab Sachen gehört wie unlogisch, das macht keinen Sinn. Ich hab Leute aber auch gesehen, die komplett bespaßt rausgekommen sind. Darauf können wir auch gleich was erzählen. Nämlich, ich sag schon mal gleich vorweg, für mich ist Trap gar nicht mal so sehr ein Thriller, sondern gehört für mich eher in ein anderes Genre. Und es gab Leute, die, also es war wirklich eine ältere Dame kam raus und die war komplett, also die wirkte wie überfahren, weil die wahrscheinlich mit was komplett anderem gerechnet hatte und dann halt sowas gesehen hat. Also ich fand das schon sehr interessant. Hast du mit der ein Wort gewechselt oder ist dir das nur so beim Rausgehen aufgefallen? Ich hab tatsächlich mit ihr ganz, 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 ganz kurz drüber geredet, weil sie mir tatsächlich bei dem Weg nach draußen einfach im Weg stand und sie dann so viel sagte wie, oh, es tut mir leid. Aber, aber nach diesem Film war ich, und das war's dann. Dann hat sie nur den Kopf geschüttelt so ein bisschen und ich kann ihr gar nicht sagen, ob sie jetzt wirklich, also sie ist wirklich irritiert. Ich weiß jetzt nicht, ob sie irritiert war, weil es ihr nicht gefallen hat oder sonst was. Weil, das kann man ja auch mal ganz vorweg sagen, der Film macht eine Elvis-Grad-12-Freigabe. Ich würde jetzt mit keinem Kind ab sechs reingehen wollen, aber ich finde, die Elvis-Grad-12-Freigabe geht auch klar. Also, wenn ihr wirklich keinem Loot sehen könnt und gerne mal in Anführungszeichen Triller haben möchtet, der euch jetzt nicht so fordert, Trap wäre, glaube ich, eine gute Lösung. Ja, das glaube ich auch. Lustigerweise habe ich eine ähnliche Erfahrung gemacht. Auch bei mir war der Saal schon relativ voll für den Donnerstagabend bei richtig gutem Wetter. Also, da erwarte ich jetzt auch in Olympia-Zeiten manchmal so ein bisschen Kino-Appe. Und ich kam rein und dachte, okay, wow, ist doch schon relativ voll. Neben mir saß ein, nicht böse gemeint, etwas älteres Ehepaar. Relativ belustigt in einigen Dingen. Und nach dem Kino dachte ich, also ich dachte schon im Film, ich frage die nachher, warum die hier drin sind. Weil mein Verdacht war, die sind reingegangen nach dem Motto, ach ja, der Regisseur von The Sixth Sense, da gucken wir uns mal wieder einen Film von dem an. Also, weißt du, die Leute, die nicht so häufig ins Kino gehen, dann so ein bisschen nach Namen. Also, wir gucken den neuen Nolan, wir gucken vielleicht von Spielberg noch Sachen und dann gucken wir jetzt, warum auch immer, aber wir gucken jetzt den neuen M. Night Shyamalan an. Das dachte ich. Und dann habe ich mit der Dame gesprochen, habe gesagt, Sie dürfen auch Nein sagen. Ich habe zwei Fragen an Sie. Ja, und dann fingen Sie schon an, meinen Sie, weil wir so alt sind? Ich so, nee, darum geht es nicht. Aber Sie wirken nicht wie die regulären Kinogänger, die hier sonst so rumhängen. Wie kommt das, also was hat Sie dazu bewegt, in diesen Film zu gehen? Und leider war die Antwort sehr ernüchternd. Sie sagte nämlich, nee, das war das einzig halbwegs gescheite, was lief. Also, was Sie so angesprochen hat. Und dann hat natürlich der Investigativjournalismus bei mir irgendwann auch mal ein Ende gefunden. Und zwar nach der ersten Frage. Ich hätte natürlich noch fragen müssen, okay, und wie war denn für Sie? Und das habe ich natürlich noch gefragt. Aber ich wollte noch eine dritte Frage stellen und die habe ich vergessen, so nach dem Motto, okay, also hat sie jetzt dieses Marketing nicht angesprochen oder sonstiges. Ich habe nur nämlich gefragt, wie ihr gefallen hat. Und sie sagte, ja, so ein bisschen weit hergeholt. Und das ist so ein, meine Mutter verzeiht es mir bitte, dass ich das sage, das ist so ein Mutti-Satz. Mutti sagt den auch gerne, wenn wir über einen Film sprechen, so, das war ja ziemlich, sie sagt nicht obszön, sie sagt so, schon ein bisschen weit hergeholt, ne? Ja. Und das war ein Mutti-Satz. Grüße an die Mutti. Ja, liebe Grüße auch an meine Mutti. Was ich halt auch interessant finde, wenn man sich so das Marketing anguckt oder allgemein die Poster. Ja, du hast halt so alles in Rot gehalten, nur das Wort Trap und dann siehst du halt das Auge von Josh Hartnett. Und das evoziert schon so eine gewisse Vorahnung, eine gewisse Erwartungshaltung. Und ich muss sagen, ich kann jeden verstehen, der in diesen Film geht und dann komplett enttäuscht rauskommt. Mhm. Also wenn ich dieses Poster mir angucke oder die Poster, die ich von diesem Film kenne, das hat so, dann erwarte ich sowas, was Erdrückendes, ein Bedrohungsszenario, irgendwas, wo ich auch mitfiebere, ja, was einfach spannend ist, was intensiv vielleicht auch ein bisschen ist. Und das alles ist der Film für mich halt gar nicht. Also ich bin da auch leider wieder bei dir, leider, weil es immer so schön ist, wenn wir auch uns so kontrovers unterhalten. Aber ich hatte definitiv nicht das Gefühl, einen Serienkiller, der enttarnt werden soll, zu sehen. Und wir müssen gleich natürlich nochmal kurz die Inhaltsangabe kurz machen, aber das machen wir gleich. So, ich hatte eher so das Gefühl, ich gucke so diesen Johnny Depp 90er Jahre Film gegen die Zeit oder sowas. Ich habe so das Gefühl gehabt, hier versucht einfach die Hauptfigur so aus einer Situation rauszukommen, die Scheiße für sie ist. Nur ist hier halt das Problem, dass sie, das ist, wie gesagt, kein Spoiler. Das haben wir im Vorgespräch auch schon gesagt. Wir wissen aus den Trailern, dass dieser Mann ein Handy hat und auf dem Handy sieht er eine Person, die er anscheinend selber gefangen genommen hat. Und das kommt auch relativ frühzeitig im Film. Deswegen sieht es uns nach, wenn ihr jetzt schon sagt, äh, das ist ein Spoiler. Nee, für uns ist das kein Spoiler, weil wir davon ausgehen, dass ihr, spätestens wenn ihr bei uns in der Folgenbeschreibung unseren Trailer verlinkt seht, dann werdet ihr wahrscheinlich schon mal auf Trap den Trailer geklickt haben und werdet schon mal was gesehen haben. Und das ist das Krasse. Ich finde nämlich auch, dass der Film im Marketing ein bisschen zu sehr auf zwei Dinge geht, nämlich auf diese, auf diese Farbgebung, auf dieses, okay, wir erleben hier vielleicht wie ein Serienkiller und Familienvater so ein bisschen versucht aus einer Situation rauszukommen. Und dann muss ich echt sagen, machen wir aber nach der Inhaltsangabe weiter. Es ist nicht so eine gute Idee, als Vater seine Tochter zu inszenieren. Und darauf gehen wir aber nach dem, nach der kurzen Inhaltsangabe, gehen wir da auf einen, Stu, worum geht's in Trap? Einmal ganz kurz für die, die noch gar nichts davon gehört haben und die uns noch zuhören, ohne dass sie jetzt irgendwie unvoreingenommen ins Kilo gehen wollen. Josh Hartnett spielt Feuerwehrmann Cooper, der seiner Tochter Riley, ich würde schätzen, die ist so irgendwie zwischen 11 und 13 Jahre alt, einen großen Wunsch erfüllt, nämlich zwei Karten für das Konzert des Super-Popstars Lady Raven. Und in der Halle angekommen, merkt Cooper, irgendwas ist ein bisschen seltsam, sehr viel Polizeipräsenz. Und dann erfahren wir auch relativ zügig, halt eben, wie du schon gesagt hast, dass Cooper ein Serienkiller ist. Und von einem Angestellten in dieser Arena, in der ein Teil des Films spielt, erfährt er dann, ja, dieses Konzert dient dazu, um diesen Serienkiller, der The Butcher genannt wird, halt dingfest zu machen. Und mit diesem Wissen versucht Cooper, jetzt zwei Sachen hinzubekommen. Zum einen, seiner Tochter ein schönes Konzert zu bieten. Auf der anderen Seite, ja, nicht von der Polizei geschnappt zu werden. Ja, eine schöne Zusammenfassung und ein schöner Zwiespalt, in dem hier der gute Protagonist gespielt von Josh Hartnett ist. Ja, ich sag das ja schon, wenn wir merken, wir kommen zu sehr in Spoiler-Bereiche und es wird auch etwas sensibler, dann werden wir wahrscheinlich noch ein Fazit vorziehen und ein bisschen spoilern. Aber ansonsten versuchen wir es mal so allgemein wirklich zu halten und ich hab jetzt mal so gefragt, also wir haben das Thema schon so ein bisschen angeschnitten, aber ich würde jetzt mal dem Film eine Sache unterstellen und das ist lustig, weil es uns beiden ein bisschen anders geht. Ich finde, der Film zerfällt ganz klar in zwei Hälften und mir hat die erste Hälfte nicht so gut gefallen. Ich müsste sogar sagen, sie ist ziemlich langweilig und wenn ich jetzt sage, dass das, ich mach schon eine milde Spoiler-Warnung. Spoiler, 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 milde Spoiler-Warnung. Wenn ihr die Trailer gesehen habt, dann denkt ihr vielleicht wie ich, oh Gott, das spielt jetzt zwei Stunden in einem Konzertsaal und die werden ihn irgendwie am Ende doch schnappen und dann gibt es einen Twist oder das war alles nur ausgedacht. Und das ist nicht der Fall, sondern der Film zerfällt in zwei Hälften und davon hat mir die erste Hälfte nicht so gut gefallen. Ich fand sie teilweise sehr langweilig und die zweite Hälfte hat mir deutlich besser gefallen, weil sie dann ein bisschen mehr freidreht, ein bisschen mehr Spaß macht. Weißt du, es ist genau andersrum. Erzähl mal. Ja, also ich finde die beiden Hälften schon, also aus meiner Perspektive, was den Unterhaltungswert angeht, fast ein bisschen gleichwertig. Es ist halt nur so, bei diesem Stadion-Setting gab es halt so Momente, wo ich dachte, eigentlich ist das ein geiles Setting. Also wirklich so Hitchcock-mäßig. Lass diesen Film wirklich nur in dieser Arena abspielen. Die ist halt riesengroß. Du hast diverse Möglichkeiten. Du hast quasi jeder Raum kann so seine eigene Geschichte erzählen und war auch echt enttäuscht, dass der Sherman das dann auch wirklich nicht besonders gut ausnutzt. Aber ich hatte zumindest bei der ersten Hälfte das Gefühl, das habe ich so noch nicht so oft gesehen, sage ich mal. Wenn sie dann aus der Arena raus sind, ist es halt, ich will nicht sagen, Dienst nach Vorschrift, das ist es auch nicht, weil dafür ist der Film dann doch in einigen Facetten dann doch zu, ich möchte sagen, besonders. Introvertiert vielleicht. Aber in der ersten Hälfte war es zumindest bei mir so, da war ich noch so ein bisschen gespannt. Nicht angespannt, aber gespannt, was macht er jetzt? Sobald er aber die Arena verlässt, war so diese Erwartungshaltung, oh, was passiert als nächstes, bei mir einfach nicht mehr vorhanden. Ich glaube, das ist der Unterschied bei mir einfach. Also ich sehe, was du meinst und du hast da auch vollkommen recht, aber alleine, dass ich das Gefühl habe, okay, dieses Setting ist gerade so spannend und bietet so viel Potenzial, hat mir ausgereicht, dass für mich die erste Hälfte qualitativ einfach ein Müh, aber wirklich nur ein Müh, besser funktioniert hat, als die zweite. Okay. Ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass du, also ich gebe dir total recht, dass das Setting sehr an Hitchcock erinnert, dass man sehr viel daraus machen könnte und wir haben auch schon im Vorgespräch ein bisschen über Kollegen-Reviews gelästert, also keine, die wir persönlich kennen, muss man an dieser Stelle sagen, aber wir sind uns beide sehr einig, dass der Handlungsort selber eigentlich ein bisschen zu wenig ausgenutzt wird und ich bin sehr, sehr erschrocken, dass ich das sage, weil mir bei Knock at the Cabin nicht so viel gefallen hat, was das Inhaltliche angeht, aber ich fand ihn zumindest handwerklich wieder sehr interessant, weil der mit der Kamera viele Dinge richtig macht. Hier habe ich das Gefühl, dass Schei Malan echt so ein bisschen sagt so, ja, also das im Konzertsaal, das machen wir alles, das kriegen wir schon hin und auch das so mit Josh Hartnett, wie er so versucht, so da auszubüchsen, das läuft schon irgendwann, aber so richtig Bock habe ich dann auf die Phase 2, also wenn es dann so rausgeht und das muss ich echt sagen, ey, das hätte ich nicht gedacht und jetzt nehmen wir mal den Faden auf, den ich vorhin schon angedeutet habe. Es ist so, diejenigen, die in der Babel vielleicht nicht so viel Film-News mitbekommen, es ist so, dass seine leibliche Tochter im Film eine große und ich muss auch ehrlich sagen, noch eine größere Rolle spielt, als ich es vorhin abgedacht habe. Sie ist nämlich die, von dir schon angesprochene Lady Raven, sie spielt diese Popsängerin und das ist jetzt, ich bin kein Juror bei The Voice oder bei DSDS, wie die der sagt, aber ich finde schon, dass sie eine gute Stimme hat, wenn es ihre eigene ist. Davon gehe ich aber an der Stelle aus, weil sie auch im Soundtrack irgendwie die Musik macht. Nur ist das, was so auf der Bühne passiert und ich dachte halt, damit kriegt so der Film so einen kleinen Konzertfilm-Touch, weil Scheinmalern kann ja inszenieren. Ich dachte, dass er da einfach mehr gibt und ich habe das schon gesagt, ey, ich habe die Eras-Tour, ich habe nur eine halbe Stunde gesehen und da ist alles interessanter gefilmt, als das, was Scheinmalern dann mit seiner Tochter auf der Bühne macht. Wie ging es dir damit? Ja, ich habe die Eras-Tour nicht gesehen. Schäme dich, bist du kein Zwifti. Ich kann es dir hier verraten, wir sind ja unter uns. Du könntest mir irgendeinen Taylor Swift-Song vorspielen, ich würde ihn nicht erkennen, ich bin da einfach nicht drin, ich bin alt, ich bin da, sorry, ich bin da raus. Ich habe nichts gegen Taylor Swift, also bitte keine bösen Briefe, aber ich bin da einfach nicht drin. Aber was mich halt wirklich gestört hat bei dieser ganzen Konzertsache, es wirkte halt nie wie ein echtes Konzert für mich. Ich bin keine Konzertexperte, aber es sind so ein paar Faktoren, die haben mich irgendwie stutzig gemacht. Zum einen, es wirkt immer so vorgegeben, so wir tun mal so, als ob das das größte Konzert aller Zeiten war, aber letztlich steht ihr auf der Bühne, hat dann so vier Tänzer neben sich und das war es. Dazu, es tut mir leid, aber mir kann keiner erzählen, dass die Songs, die du da hörst, Banger sind. Das sind einfach komplett vergessenswerte Pop-Songs, die, ich glaube nicht, dass es so ist, aber ich hätte mich nicht gewundert, wenn am Ende rauskommen würde, das hat uns die KI gezimmert. Und, ja, es ist ein Konzert, aber dann finde ich es halt schon ein bisschen seltsam und ich bin kein Logik-Fetischist. Also, das ist jetzt für mich jetzt kein Kritikpunkt an sich, aber es hat mich ein bisschen stutzig gemacht. Wenn das so ein großes Konzert ist, warum sind die Hälfte der Leute während des Konzerts nicht im Konzertsaal? Also, das finde ich auch ein bisschen seltsam. Und, da muss ich halt vielleicht drüber denken, ich fand es ja auch irgendwie ganz spaßig, weil, was ich bei Schermanan mittlerweile echt toll finde, und das macht der Seite Visit, dass ich manchmal nicht wirklich verstehe und ich weiß, ist ihm das eigentlich klar oder trollt der uns so ein bisschen? Und, bei Trap gab es auch Momente, wo ich nicht sicher bin, hat er das jetzt einmal verkackt oder trollt der uns? Und, weil du ja schon gesagt hast, der ist ja ein sehr fähiger Regisseur und Techniker auch. Ich glaube wirklich, der trollt uns. Ich glaube auch. Und das finde ich toll. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wer das auf irgendeiner Pressekonferenz macht. Ich glaube, es war zu The Happening oder so. Da hat irgendwie ein Kollege was gefragt und so nach dem Motto, das ist ja eine Komödie. Und dann hat er, also, auf der Bühne, entweder hat er es dann gecheckt selber oder er hat halt wirklich gedacht, so scheiße, er hat mich erlarvt, weil er dann meinte, ja, sie verstehen meinen feinsinnigen Humor. Ich weiß leider nicht mehr, welcher Kollege das war. Und ich bin mittlerweile auch bei dir. Ich glaube wirklich, dass M. Night Shyamalan sagt, ey Leute, ihr denkt, jetzt kommt der große Abschlusstwist. Hier ist mein Mittelfinger und der hat auch einen Freund, das ist der hier. Und ich mache einfach jetzt, was ich will. Und das ist gar nicht mehr so hoch ambitioniert. Das ist jetzt nicht irgendwie Arthouse-Kino, das ist nichts für Artefatzkes, das ist nichts irgendwie für Twist-Junkies, die irgendwie denken, so, na, was kommt jetzt? Wer ist jetzt tot und wer ist schon lange tot? Sondern das ist einfach, ja, hier ist, also ihr habt jetzt hier ein, ja, vom Genre müssen wir auch nochmal diskutieren. Ihr habt jetzt hier einen Film und den könnt ihr einfach gucken und genießen. Also der ist halt PG-13, das heißt, ihr könnt auch mit euren Kindern rein. Viel Spaß. Spannend ist er. Hoffe ich. Aber, äh, wenn er euch nicht gefällt, ist mir egal. Den nächsten mache ich wieder. Also, ist mir, hier, also wirklich, doppelter Mittelfinger. Ich habe eh schon das Geld für den nächsten zusammen. Das finde ich schon, also, es ist jetzt nicht der Michael Bay, des, in Anführungsstrichen, etwas ambitionierteren Kinos, aber es ist schon so ein bisschen, was man denkt, so, ey, dieser kleine Wicht, dieser kleine, dieser kleine Troll, er hat das Game echt durchgespielt, oder? Total. Und ich kann, ich finde das ja auch famos und ich hoffe ja wirklich, dass es so ist, weil alleine die Leute, die sich ja jetzt schon aufregen, dass der Film keine Logik hat oder Logikfehler hat oder was weiß ich, ähm, ja, es ist halt ein Film. Also, natürlich finde ich es ein bisschen auch schade, dass das Konzert auf mich niemals gewirkt hat wie ein echtes Konzert, aber es ist halt ein Film, ja, und ich kann mir das echt vorstellen, weil dieser Mann, das muss man ganz ehrlich sagen, der muss es ja gewohnt sein, dass er seit seinem ersten, sag mal Flop, seit Spiels des Late in the Water, ja wirklich torpediert wird mit irgendwelchen Meinungen von irgendwelchen Typen, die glauben, sie können es besser machen. Und versteht ihr mich nicht falsch, ich finde, ähm, Endnight Sherman hat da wirklich auch viel missgedreht, aber bis auf zwei Filme ist keiner dabei, wo ich sage, die sind komplett misslungen. Ich finde nur After Earth und Legende von Ang wirklich grundsätzlich, wirklich komplett scheiße und misslungen. Bei jedem anderen Film gibt es immer Momente, Facetten, Passagen, die, die gut bis großartig sind. The Happening gerade eben von dir, der hat grandiose Momente, die mir auch so einen flauen Magen machen, ja, ähm, das, das musst du auch erstmal hinschaffen, äh, schaffen. Und ich finde auch, dass M. Night Sherman dann so ein bisschen, ja, den Beruf des Autorenfilmers auch auslebt, als einen der wenigen und damit noch Erfolg hat. Und ich weiß, vor ein paar Jahren war, glaube ich, in der Jury, ich glaube, war es die Berlinale? Ich glaube, ja. Und dann wurde, da wurde auch relativ, was macht der auf der Berlinale? Ja, das ist ein Autorenfilmer und das macht der gut. Also das heißt, es macht der gut. Ähm, ich glaube, wir beide, wie gesagt, haben mit ihm unsere Probleme, aber ich muss sagen, ich kann nicht anders, als diesem Mann auch eine gewisse Hochachtung entgegenzubringen. Der ist so lange dabei, der hat sich mit The Visit quasi selbst aus der Scheiße rausgeholt und vor allem, er bleibt sich ja auch immer irgendwie treu und ich finde, dass er sich mit hier Locker the Cabin und Trap und da gibt es auch viele, was man krisieren kann, aber so ein bisschen auch nicht neu erfindet, aber vielleicht, vielleicht modernisiert. Das gefällt mir. Ja, ich muss das auch sagen, also ich finde, dass natürlich so ein paar Amnidisms dabei sind, also ich finde nach wie vor und da macht jetzt auch, finde ich, Trap keine Ausnahme, dass er, was Dialoge angeht, wirklich, mhm, also da müsste halt so ein, ich hau jetzt auch mit der großen Kacke drauf, da müsste halt so ein Aaron Sorkin mal so ein bisschen Skriptdoktor machen und da so ein bisschen drüber schleifen, also mit der groben Schleifmaschine und dann wäre das vielleicht sogar ein bisschen erträglicher. Also ich muss auch hier sagen, die Dialoge sind hier teilweise wirklich furchtbar, also da macht auch dieser Film keine Ausnahme, aber es ist immer, auch wenn er mal scheitert und ich nehme es mal vorweg, ich finde, für mich ist Trap kein Scheitern, aber selbst wenn er scheitert, wie bei Knock at the Cabin, ist es immer, wie du schon gesagt hast, sehr interessant zu sehen, wie er scheitert. Er scheitert manchmal an verschiedenen Dingen, manchmal scheitert er an seinem, ich brauche aber noch einen Twist und jetzt brauchen wir noch einen Twist und manchmal scheitert er einfach einem an religiöser Überdeutung und an Symbolen, die so aufgeladen sind und dieses Mal scheitert er, finde ich, ein bisschen an seinem eigenen Marketing. Also ich persönlich würde jetzt mal unterstellen, dass wenn der Film, also wenn du gar keine Trailer guckst, hast du vielleicht sogar, ist jetzt ein bisschen steil formuliert, aber hast du vielleicht sogar eines der Kinoerlebnisse des Jahres, weil du dich auf nichts einstellen kannst, wenn du gar nichts weißt, vorher bist du komplett blanko und dann warst du wahrscheinlich die besten Voraussetzungen für Trap. Also ich war ja mitten in meiner Begleitung im Kino und der hat wirklich nichts gewusst. Also wirklich kurze Grüße an meinen Kumpel Nils, der kennt das schon, ich frage ihn, hast du Bock auf Kino und dann sagt er meistens ja und es war auch dieses Mal wieder so, dass er mich dann wirklich, wir standen vorm Kinosaal und erst da gefragt hat, was gucken wir eigentlich? Also der wusste wirklich gar nichts und den habe ich halt nachher auch gefragt, wie er es fand und er erteilte ja meine Meinung. Also er wusste von diesem, ich nenne es mal ganz einfach Twist, nichts, aber er fand auch, es wirkte auf ihn nicht wie ein Twist, weil das relativ früh kommt und Schirman dann ist, das ist ja auch so, passt schon nebensächlich. Also der machte keine Tropeten, kein großes Buhai, da siehst du halt einfach, wie Josh Hartnett da im Klo steht, das Handy rausholt und dann, ah ja, hat er anscheinend einen Typen gefangen und dann war es das eigentlich. Deswegen finde ich, ja natürlich ist es eine andere Art der Sichtung, wenn du das nicht weißt, aber ich würde dem Trailer jetzt keinen Vorwurf machen, weil dieser Twist ist gar nicht so sehr essenziell für den Film. Es ist essentiell, wie kommt er da raus, es ist essentiell, wie geht es weiter, aber dass er ein Killer ist, ist so, ja, nice to know, ne? Aber wenn man es weiterdenkt, könnte man auch sagen, vielleicht, was, wenn er gar kein Killer wäre, sondern es geht so darum, er muss irgendwie raus, weil er eine Affäre hat oder so. Es wäre, er hätte nicht so viel geändert, zumindest in der ersten Hälfte. Finde ich auch. Also ich habe ja lustigerweise auch wieder die Duplizität der Ereignisse, ich habe auch einen Freund mit ins Kino genommen, den guten Martin, grüße auch an dieser Stelle, falls du es hörst. Und auch der war völlig blank. Der hat auch, glaube ich, also er hat nicht gefragt, was gucken wir eigentlich, aber es war so im Film, dass er dachte, ja, also als ich da mal rüberliste, so hier, das ist übrigens die Tochter von dem Regisseur, der den Film gemacht hat. Aha. Und, ah, das ist der Regisseur gerade selber, das macht er immer in seinem Film. Ah ja. Also es war schon eher so das Otto-Normal-Publikum. Und das ist dann immer sehr angenehm, wie die darauf reagieren. Und auch er, ich würde jetzt nicht unterstellen, dass er den jetzt als Meisterwerk irgendwie labeln würde, aber auch ihm hat er gefallen. Und das sagt eigentlich immer schon viel aus. Ich glaube, wer sich da zu viel Kopf macht, der ist da sowieso falsch. Apropos Kopf. Einer der großen Köpfe hier, äh, starke Überleitung. Im dritten Inning, Josh Hartnett. So ein kleines, so eine kleine Renaissance gefeit in den letzten Jahren. Ich kann mich an Cash Truck erinnern, also hier Wrath of Man von Guy Ritchie, dann auch Operation Fortune und zuletzt ja dann sehr, sehr berühmt, oder im sehr, sehr berühmten Oppenheimer auch zugegen. Aber seien wir ehrlich, wer war bei Oppenheimer nicht vor der Kamera? Aber alle, die bei fünf nicht oben auf den Bäumen waren, sind eigentlich bei Oppenheimer vor der Kamera, die irgendwie Rang und Namen oder auch nur einen Namen haben. Wie geht es dir generell mit Josh Hartnett und wie fandst du ihn jetzt hier in einer, ja doch ernsteren Rolle, zumindest auf dem Papier ernsteren Rolle? Wie hat er dir gefallen? Ja, ich bin ja alt und ich habe ja Josh Hartnett kennengelernt. Ich weiß noch, an meinem 16. Geburtstag bin ich im Kino, habe ich The Faculty gesehen. Das spielte er ja mit und da war er so, das war so sein Durchbruch. Und ich habe dann seine Karriere verfolgt und er hat so diese gängige Hollywood-Bow-Schönlings-Youngster-Karriere hingelegt. Also er hat so Filme gemacht, die die Karriere fördern, dann sich so ein bisschen versucht, dann hat er den Durchbruch geschafft, hat dann so Sachen gedreht wie Pearl Harbor, der furchtbar ist. Ganz toller Film. Ganz erinnter Film. Michael Bay ist der Kino-Gott. Kino-Gott auf jeden Fall. Ich will ehrlich sagen, ich war wirklich überrascht, ihn wiederzusehen nach all den Jahren, weil er wirklich gefühlt nichts mehr gemacht hat und ich weiß gar nicht, ob er einfach im Karriere-Tief war, ob er andere Sachen hatte, vielleicht wollte er sich um die Kompromisse kümmern. Ich weiß es nicht, ist mir auch egal. Ich hätte aber nie gedacht, dass ich mal sage, boah, cool, dass der Typ wieder da ist, denn früher fand ich, Josh Hartnett war das das-genreiche Equivalent zur Rauchfasertapete. Also der war mir, es gab Chris Klein und es gab Josh Hartnett. Also die beiden haben sich in meiner Perspektive nicht viel genommen. Aber seitdem er jetzt seit ein paar Jahren wieder da ist und er auch so ein bisschen befreit ist von diesem Image des Sonny Boys, dieses Jugendlings, den die Frauen ganz scharf finden und er als Schauspieler mal was machen darf, finde ich ihn wirklich toll. Und ich sage es vorweg, ohne Josh Hartnett würde dieser Film nicht funktionieren, weil Josh Hartnett, wow, also die größte Qualität an diesem Film, an Trap, ist oder war für mich, einfach so zu gucken, wie Josh Hartnett spielt. Der macht das so famos und das ist kein anspruchsvoller Film. Ich will nicht falsch verstehen. Aber der schafft das so gut. Es gibt Szenen, da guckt er in die eine Richtung und ist der Vater und geht dann Meter nach links und ist Psychopath. Und das macht er so gut und vor allem, er macht es, er macht es mit so einer Verspieltheit. Also du merkst auch, also hatte ich das Gefühl, er weiß auch, was er da macht und in welchem Film er da spielt. Und ja, großartig. Also wenn ich es nur darum ginge, Josh Hartnett's Leistung zu bewerten, wäre für mich Trap 5 und 5. Ich bin übrigens zwar jünger als du, aber ich kenne ihn sogar noch von Halloween Age 20, also noch ein paar Monate zumindest vor Faculty. Stimmt, ja. Und man darf nicht vergessen, dass der irgendwie einen ganz guten Anfang, jetzt nehmen wir Mark Pearl Harbor aus künstlerischer Sicht raus, aber es ist ja einfach damals, wahrscheinlich der größte Blockbuster des Jahres 21 gewesen. Und dann irgendwie so nach Black Hawk Down und nach, wie heißt der noch, wo er nicht bumsen darf. 40 Tage, 40 Nächte, ne? Ja, genau. Danach geht es, finde ich, ja so ein bisschen, oder ging es so ein bisschen bergab. Dann kann ich mich an diesen Harrison Ford-Kopf-Krimi da oder Hollywood-Komödie. Hollywood-Komödie, ja, genau. Daran kann ich mich erinnern, den fand ich nicht so gut. Sin City vergesse ich gerne mal noch so, dass er auch im Ersten schon dabei war. Aber dann geht es ja so irgendwie mit, oder Black Dahlia hat ja echt keine Sau gesehen. Der war auch nicht gut. Also diese James-Elroy-Verfilmung. 30 Days of Nights mag man so als Genre-Fan, aber ich bin ehrlich, habe ich selber auch noch nicht gesehen. Und danach wird es halt auch schon echt dünne, ne? 30 Days of Nights ist großartig, aber das ist halt kein Film, wo du sagst, ah, das ist der mit Josh Hartnett. Du sagst, das ist der mit den Vampiren. Ja, genau. Ja, und ich fand hier zum Beispiel sehr schön, dass er diesen Zwiespalt wie du es ja auch schon gesagt hast, so mit so einer Lässigkeit, nonchalance gespielt hat, aber du immer auch so das Gefühl hast, so der Wahnsinn, der ist da, schlummert auf jeden Fall so ein bisschen in dem Kerl drin. Gibt ja auch so den einen oder anderen dann eher Taschenspielertrick seitens der Regie, die das auch mal wieder dann einfängt visuell. Aber ich muss auch sagen, ich würde den wirklich gerne noch mal im Original gucken, weil ich fand die Synchro-Fassung jetzt nicht so wahnsinnig gut, wie wir beide gesehen haben. Das ist aber auch eine sehr, sehr, ach, wir sind so Film und wir gucken alles im Original. Und Funfact ist wirklich, ich entdecke mich mittlerweile und erwische mich zu Hause selbst bei ganz normaler Entspannungsrichtung, dass ich immer wieder, immer häufiger in die UV schalte. Es tut mir leid. Das ist ja nicht so, nach dem Motto, ihr seid doof, wenn ihr Synchro guckt. Ich fühle mich gerade so, ich danke, Timo, du hast mir einen großen Gefallen, weil ich habe jahrelang immer gesagt, so ja, wenn ich halt beruflich ins Kino gehe, dann gucke ich halt, was mir angeboten wird, weil ein geschenkten Gaul, aber wenn ich zu Hause gerade noch so beim Einschlappen guckt man so eine Serienfolge ein auf dem Tablet, dann immer nur deutsch synchronisiert und ich merke auch wirklich bei mir, dass es wirklich so, ich denke, ah, es ist halt, ich möchte der deutschen Synchronbranche auch nichts Böses. Die machen echt einen guten Job, wirklich ganz famos, aber es ist mir auch schon ganz oft passiert, dass ich mir denke, so boah, ich gucke mir das lieber im Original an und um es mal, um es mal in den richtigen Scholli zu bringen, ich hatte ja sogar die Möglichkeit, also, ich gucke demnächst Long Legs und ich habe drauf, bin immer darauf geachtet, dass ich den Original fassen gucke, so weit ist es für mich schon. Das kann ich verstehen, also ich, ich glaube, es gibt natürlich bei, bei Nicolas Cage, jetzt schweifen wir ein bisschen ab, aber die Zeit sei uns erlaubt, bei Nicolas Cage gibt es auch einen sehr, wenn ich sehr prägnanten Synchronsprecher, ähnlich ist es ja auch bei Josh Hartnett, nur hat jetzt hier sein Stamm-Synchronsprecher, der es über lange Jahre war, nämlich der Simon Jäger, der spricht ihn hier nicht und das finde ich fast ein bisschen schade, weil, wer sich jetzt erinnert, Simon Jäger spricht unter anderem auch Heath Ledger, also immerhin den Darsteller des Jokers aus The Dark Knight und ich hätte den gerne als diese, ich hätte ihm gerne diese Voice-Performance abgehört, ich hätte gerne gehört, wie der das macht, denn die Synchronstelle von Josh Hartnett, die es jetzt war, die war okay, aber die war halt so, oh, das war aber eine andere Stimme, das war ein bisschen schade. Sie hat gut gepasst für das Väterliche, aber nicht gut für das Serienkinder-mäßige. So ist es, das ist mein Problem und es ging mir nicht nur mit seiner Figur so, auch bei anderen Menschen, die hier gespielt haben, unter anderem auch bei Scheimer Lanz Tochter, über die wir gleich auch zwei Worte verlieren sollten, dachte ich so, also ja, das Gesicht, das macht irgendwie was anderes als die Stimme und das ist nicht, das matcht für mich nicht. Ich habe ja schon am Anfang gesagt, ich finde jetzt beispielsweise auch, dass es nicht so eine gute Idee ist, wir hatten es vor ein paar Monaten bei Maestro, Schauspieler sollten sich selber nicht inszenieren, wenn sie es unbedingt auf einen Oscar anlegen, keine gute Idee. Ich würde das Ganze erweitern und sagen, es ist auch nicht so eine brillante Idee, seine eigene Tochter als Popstar zu inszenieren, denn ich finde, wenn ich jetzt noch eine Kritik-Sache sagen darf, die innerhalb der ersten Dreiviertel bis Stunde spielt, also in der Halle, während der Performance, ich finde, die ist nicht so wahnsinnig gut gelungen, die Darstellung eines Popstars und wie sie auch selber da spielt, die gute, wie heißt sie, Shakila, ich habe das vorhin noch recherchiert, das habe ich wieder vergessen, die Tochter von M. Night Shyamalan. Salika, glaube ich, Salika oder so ähnlich. Wenn du redest, gucke ich nach. Ja. Ich, ich kann das ja schon irgendwie nachvollziehen, dass man als Elternteil seinen Nachwuchs fördert und wenn man die Möglichkeit hat, dann finde ich es auch nicht verwerflich, das zu tun. Und es ist ja auch schon der Sommer der Shyamalan. Du hattest jetzt Watcher vor ein paar Wochen, der ist ja komplett untergegangen, das war ja das Regiedebüt seiner einen Tochter und jetzt hat er Trap gedreht und mit ganz, wenn man es ganz böse sagen würde, könnte man auch sagen, Trap ist ein Werbespot für die Popkarriere seiner zweiten Tochter. Und das wäre, glaube ich, gar nicht mal so viel gelogen, weil ich fand auch ein paar Momente, da dachte ich mir so, Leute, geht es jetzt um den, den Serienkiller oder geht es jetzt gerade um einen Popstar? Und sie wird ja auch noch wichtiger als gedacht, weil ich weiß nicht, wie es bei dir war, ich dachte, ich wusste, dass sie da mitspielt, aber ich dachte, gut, dann tanzt sie leider auf der Bühne rum und es gibt vielleicht auch den einen oder anderen Moment, aber sie wird ja wirklich noch sehr, sehr wichtig. Und da muss man auch sagen, darstellerisch hat die mich jetzt auch nicht überzeugt. Ich fand sie jetzt nicht furchtbar oder schrecklich. Du hast ja auch gesagt, ihr Vater spielt nach längerer Pause ja auch wieder vor der Kamera mit. Aber irgendwie, ja, nee, hat für mich auch nicht funktioniert, gebe ich dir recht, ja. Also fassen wir es mal zusammen, aus der Familie Shia Malan wird, glaube ich, keine Schauspieler-Dynastie mehr werden, die so a la Douglas oder Fonda so über mehrere Generationen und Geschlechter hinweg uns mit Oscar-PreisträgerInnen begeistern, wird und sagen wird, guck mal, das ist eine, wie der, eine so tolle Performance. Sie heißt Salika Shia Malan, wenn ich es richtig ausspreche, hoffe ich. Ja, und es ist, musste ich jetzt auch in der Recherche gerade kurz, als ich es gegoogelt habe, bei IMDb sehen, das ist nicht ihr erster Auftritt, sie hat auch schon bei seiner Serie Servant mal mitgespielt. Es ist, ich, ey, weißt du, was ich aber traurig finde? Erzähl. Es gibt, es gibt ja in dem Film tatsächlich sehr, sehr viele wichtige weibliche Figuren, aber die eine weibliche Figur oder einfach eine Nebenfigur, wo ich mir gewünscht hätte, und jetzt zitiere ich mal dich aus deinem Wort von Nuss, ein bisschen mehr Fleisch hätte gebrauchen können auf dem Rippen, war diese Profilerin, dieses Dr. Grant, die halt einfach da ist, aber die machen halt nichts draus. Und dann denke ich mir halt, dann nimm halt ein bisschen weniger Popstar und gib mir mehr von dieser Profilerin, weil ich hatte halt gehofft, dass es vielleicht irgendwann auch mal so eine Art Duell zwischen den beiden gibt, zwischen dem Serienkiller, der sehr intelligent ist und der sehr intelligenten Profilerin, aber ob da jetzt die Profilerin drin steht oder irgendein anderer Typ oder Type, ist vollkommen egal. Auch da macht er wenig draus. Finde ich auch. Und ich muss an der Stelle sagen, also ich wollte vorhin eigentlich einen guten Einstiegsgag, um diese Presse aus, oder die nicht stattgefundene Pressefilme aufzufangen und wollte sagen, das machen ja nur große Filmemacher, Uwe Boll, Til Schweiger und M. Night schau ja mal an. Aber sie eint ja tatsächlich auch noch was Zweites, nämlich auch, Til Schweiger hat das irgendwie über die letzten Jahre jetzt etwas weniger, aber hat ja auch ziemlich zu Beginn seiner Regie-Laufbahn immer die Gören vor die Kamera gezogen und immer gesagt, hier, guck mal, guck mal da rein, das ist hier die Kamera und bitte jetzt mach mal schön hier, lächle mal ein bisschen und mach nicht so eine Scheiße. Warum macht das, also haben die jetzt Bock dazu? Ich meine, das werden wir nicht ergründen, wir haben M. Night nicht getroffen Zoom-Meeting ist ausgefallen, aber es wäre total cool als Telefon-Joker, 30 Sekunden ab jetzt, aber es ist so, als du denkst so, wo ist jetzt die Not? Also warum wollen die ihrem Vater jetzt nacheifern wie die eine Tochter, die dann irgendwie die Regie führen muss und seien wir ehrlich, ich habe nur eine halbe Stunde von The Watchers geguckt und habe mich ausgemacht. Ich hatte keinen Bock mehr, ich fand das einfach richtig bronzenlangweilig und jetzt haben wir die zweite Tochter, die hat, ich habe es schon erwähnt, die hat eine okaye, sogar vielleicht sogar schöne Stimme, aber die Songs sind alle, da hatte ich vorhin übrigens schon gedacht, da schreiben wir uns die Swifties aus, auf jeden Fall. Catchy Songs, da müsst ihr mehr Taylor Swift hören, die Songs sind alle wirklich für den Eimer, das hat nichts Wiedererkennungswert und so ist es leider auch mit ihrer Darstellung, finde ich. Ich finde ihre Darstellung sehr langweilig, die Augen sind zu groß, da kann sie nichts für, aber das ist irgendwie alles zu viel. Kleiner, kleiner Mini-Spoiler oder Achtung, ich sage ja immer, Achtung, jetzt kommt für die nächsten 10 Sekunden Spoiler, ich finde es halt auch irgendwie fast unverschämt und da trollt er uns, glaube ich, auch wieder, dass es halt schon zu einem Duell kommt, aber halt nicht zwischen ihm und der Profilerin, sondern zwischen ihm und der Popsängerin. Ja, ein bisschen, also wir sind ja im Spoiler-Bereich, finde ich, wir können gleich noch zwar ein Fazit ziehen, aber wir haben ja schon gesagt, wir erzählen ein bisschen mehr, als man vielleicht sollte. Ich glaube auch, dass er da einfach dachte, so, also ihr denkt jetzt, ich schreibe dir hier nur so ein paar Songs rein und mache so einen kleinen Daddy gefallen, seit dem Motto, Papa, kannst du mir eine Platte produzieren? Liebchen, du kriegst einen ganzen Auftritt in meinem neuen Film. Oh, danke! Nee, ich hatte auch wirklich das Gefühl, so, Liebchen, weißt du, was wir jetzt machen? Wir machen jetzt aus zwei Figuren einer, du bist nicht nur der Popstar, du bist auch noch im dritten Akt wichtig. Wie findest du denn das? Und so war es ja leider auch. Bevor wir über den dritten Akt reden, brauchen wir glaube ich wirklich eine dezidierte Spoilerwarnung. Ich hab noch ein Thema, was wir aber glaube ich spoilerfrei besprechen können, wobei, mal gucken, es klebt ja doch immer irgendwie ein Label, ein Aufkleber auf dem Film, ist ein Thriller, ist eine Komödie, ist eine Satire, ist ein Actionfilm, ist eine Comicverfilmung. Wir sind uns beide relativ einig, auch wieder ohne, dass wir vorher drüber gesprochen haben. Ich fand nämlich, und das hatte M. Night schon immer ein bisschen drin, aber hier finde ich es nochmal sehr besonders, das ist nicht wie bei Nolan, der hat ja auch Humor. Ich finde hier, deutlich mehr komödiantische, schwarze Komödien, wie soll ich sagen, ist mehr Farbe drin, als in seinen sonstigen Filmen und ich finde, wir haben hier eine tiefschwarze Komödie, die so leichte Thriller-Sprengsel, so Streusel oben auf dem Donut hat. Wie war das bei dir? Ja, also ich kam aus dem Film raus und der erste Begriff, der mir durch den Kopf schoss, war, ist das vielleicht eine Satire, eine Parodie aufs Thriller-Genre? Weil, also verstehe ich mich nicht falsch, ich habe in dem Film, bis auf, kleiner Tipp, es gibt eine Abspann, im Werden des Abspanns, eine kurze Szene, die sehr witzig ist. Da habe ich wirklich laut lachen müssen, weil ich die sehr gut fand. Aber davor habe ich halt ganz häufig mich dabei ertappt, dass ich so dachte, das finde ich gerade irgendwie amüsant. Also jetzt nicht brüllen komisch, aber amüsant. Und ich glaube tatsächlich, wenn ich diesen Film in eine Genre-Kategorie einordnen müsste, wäre es tatsächlich Komödie. Ja. wie bei Jonathan Diem, also Regisseur von Das war in der Lämmer, es sprechen ja auch Figuren sehr häufig in die Kamera rein, sodass du sehr häufig auch das Gefühl hast, die reden mit dir. Also das ist nicht wie bei Deadpool, der sich zur Seite dreht und sagt, hier lustig irgendwie die Fortsetzung, sondern hier machen sie es einfach direkt in die Wurst und sagen, hier guck mal, also ich lasse die Figuren in die Kamera sprechen. Die sprechen quasi mit dem Publikum und erzählen euch jetzt, wie es läuft. Und wenn dann Josh Hartnett noch sein leicht psychopathisches Grinsen, zeigt er immer endgültig halt so, krass, die verarschen uns ja eigentlich die ganze Zeit und die machen eigentlich das, was sie wollen und haben Bock ein bisschen so ein, also Meta-Thriller wäre jetzt zu viel, das ist jetzt kein Scream, der sich quasi im Genre über das Genre erhebt oder darüber, über Mechanismen sich lustig macht. Aber es ist schon so, dass er sich glaube ich sehr gewährt des Ganzen ist. Also diese Sachen kennt ihr so aus dem Genre, ja und die machen wir jetzt aber ein bisschen anders. Weil gerade, schönes Beispiel, weil du jetzt gerade Deadpool und Wolverine angesprochen hast. Ich fand den ja sehr unterhaltsam. Gar keine Frage, ich fand den jetzt nicht super, ich fand den unterhaltsam und ich würde auch ehrlich sein, drei Stunden nach der Sichtung war der wieder aus meinem Kopf verschwunden. Und ich finde dann aber die Art des Humors oder die Art, wie man mit dem Genre satirisch oder parodistisch umgeht, bei Trapp viel gelungener, weil er mir nicht die ganze Zeit so, übrigens hier, das ist übrigens nicht ernst gemeint, sondern das muss man schon ergründen und wenn man das nicht ergründen möchte oder es nicht erkennen will oder kann, warum auch immer, macht es gar nicht so viel aus. Also ich kann jeden nachvollziehen, der sich da denkt, so was ist das für eine Scheiße gewesen, was will der Film, hält der Film mich für blöd. Ich glaube nicht, dass der Film einen für blöd hält, aber er spielt halt einfach mit auch den Erwartungen und damit meine ich nicht, dass er der Killer ist, sondern einfach, dass wir dann erwarten, dass wir wissen, was kommt. Alleine, dass der Film halt ein Elvis-Guard 12 hat und das wusste ich halt nicht. Ich kam aus dem Film raus und dann stand an der Anzeigetafel Elvis-Guard 12. Ich dachte, okay, das erklärt einiges, weil der ist auch nicht brutal so richtig. Also wie gesagt, ich habe es schon erwähnt, ich würde mit keinem Sechstierender reingehen, das würde ich nicht tun, aber der ist halt niemals so wirklich intensiv oder bedrohlich und ich glaube, das hat mir auch gefehlt. Da will ich ehrlich sein, aber auf der anderen Seite, ich komme auf dieses Troll-Thema zurück, ich kann nicht anders, ich habe dafür eine gewisse Hochachtung übrig. Ja, ich mache noch mal einen Knoten in meinen Taschentuch, weil das Thema Troll würde ich gerne in einem doch deutlich spoilerlastigeren Part nochmal anschneiden und würde jetzt abschließend glaube ich nur noch eine Sache besprechen wollen oder dir eine Frage stellen wollen, wäre es jetzt für dich beim nächsten Mal sinnvoller, wenn M. Night vielleicht mal nicht selber inszenieren würde, denn ich finde, also wir haben vorhin im Vorgespräch über eine Szene gesprochen, da habe ich das Gefühl gehabt, dass er das, was er in Knock at the Cabin deutlich mehr gemacht hat, nämlich auch so ein bisschen Mut zur Kamerastilistik, das hat er hier wieder komplett fallen lassen. Es gibt so eine Sequenz, die deutlich mehr Spannung hervorrufen könnte, wenn sie anders geschnitten und inszeniert wäre. Hat da irgendwie M. Night sein Mojo verloren, was Inszenierung angeht? Es gab schon Momente, wo ich das Gefühl hatte, warum ist das gerade so fade? Also es gibt ja einen Moment, wo er mit einem der Mitarbeiter so mal kurz alleine ist und dann bekommt er auch ein Messer in die Hand gedrückt und das ist so spannungslos und auch so öde inszeniert, wo ich dachte, nee, also das kann er besser, das kann er wirklich besser und da gibt es einige Szenen von und auf der anderen Seite, weißt du, ich glaube, ich hätte erkannt, es ist ein Sherman-Anfilm, auch wenn sein Name nicht dem Vorspann gestatten hätte und das muss man auch erst mal schaffen. Ja, absolut, also da bin ich auch bei dir. Ich finde, dass man schon so diese M. Night-Nismans, die merkt man, also was die Kamera angeht, ich sagte schon, das direkt reinsprechen, das ist halt so ein M. Night-Ding, hat er sich aber auch nur gut geklaut, muss man sagen, aber manchmal ist gut geklaut besser als schlecht selbst inszeniert, das sieht man dann wirklich an so Szenen wie mit dem, du freust dich doch auf Rebel Moon Part 1, 2 mit anderen Namen und 3 Stunden 80 oder nicht? Du weißt doch, mit Kunstblut aus dem Rechner wird alles besser. Ja, das ist doch wohl völlig klar, das hat ja wohl auch der, hier, Dead-Dings da, also der, der mit Wolverine da, das hat er gezeigt, dass das ja, also R-Rating ist schon super, das ist schon geil und so, gut, geil. Vor allem, wenn der Sekt das macht und ich bin gespannt, wie viele Waschbrettbeuche zu sehen sind. Wir kommen wieder zurück zu unserem Thema und biegen so ein bisschen Richtung Fazit-Level oder Fazit-Lane ein, bevor wir doch, also ich habe so 2, 3 Themen, die ich noch im Spoiler-Part loswerden muss. Sto, ich fange mal an, ich bin ganz unhöflich, ich fand Trap ab der zweiten Hälfte sehr viel sehenswert als in der ersten Hälfte, die erste Hälfte fand ich echt zäh und ab der zweiten Hälfte war ich, tatsächlich war ich dann auch gespannt, was passiert. Keine der dann doch passierenden Wendungen ist richtig überraschend, es ist nicht ein üblicher M-Night-Twist dabei, aber ich finde, den kann man echt gut gucken, wenn ich es empfehlen dürfte, wirklich keine Trailer vorgucken. Einfach rein, blanko gucken, wird das Beste sein. Mich stört es auch ein bisschen, wie blutarm der ist, aber ich glaube, ich kann es im Spoiler-lastigen Fazit-Bereich, kann ich es dann erklären, warum ich das glaube, dass das sogar Absicht ist. Wie ist es bei dir? Es ist halt, ich finde es schwer, diesen Film zu empfehlen, weil wenn ich es aufzähle, finde ich halt mehr Schwächen als Stärken. Ich kann aber nicht sagen, dass ich da rausgekommen bin heute und hatte irgendwie keine gute Zeit. Der ist sehr speziell und der wird definitiv jeder, der die letzten Schermann-Filme auch irgendwie abgehatet hat, wird hier genügend Material finden, um das auch hier zu tun. Gar keine Frage. Aber wenn ich meine Perspektive einfach, dass es für mich als Thriller-Satire funktioniert, dann ist der echt ganz gut. So dieser obligatorische Film, wo ich drei von fünf gebe, aber es sind sehr, sehr gute drei von fünf. Also ich freue mich auch, den eines Tages wiederzusehen. Ganz ehrlich, dann auch gerne im Originalton, weil wir sind ja Siniasten, wir gucken ja alles im Originalton. Absolut. Es ist ein schwerer Film. Also nicht, dass er schwer erzählt ist oder schwer zu begreifen, das nicht, aber es ist schwer, über diesen Film die eigentlich Qualität irgendwie zu offenbaren, weil ich kann jeden verstehen, der damit nichts anfangen kann. Und ich habe jetzt auch wirklich keinen Bock, das meine ich komplett ernst, ich habe jetzt schon keinen Bock, diesen Film wahrscheinlich dutzende Male verteidigen zu müssen. Aber es wird auf mich zukommen. Aber M Night, das tue ich auch für dich. Ja, ich wollte gerade sagen, also wir finden das ja noch immer bemerkenswert, was du da mit uns machst. Und wir gehen halt stark auch davon aus, dass du das Mainstream-Publikum und deine Hater auch einfach jetzt hart trollst. Also Chapeau, mein Lieber, das machst du formidabel, muss ich ehrlicherweise sagen. Denn wir kommen jetzt zum doch etwas deutlich spoilerlastigerem Teil. Spoiler, Spoiler, Spoiler. Also jetzt wirklich entscheidende Wendungen, Kniffe, die vielleicht auch gar keine sind, nicht hören will, bevor er ins Kino geht. Der sollte jetzt auf jeden Fall abschalten. Ihr wisst, wo ihr ihn gucken könnt. Es habt jetzt im Kino Trap und den kann man sich schon mal geben. Wie gesagt, FSK 12. Kann man mit seinen Kumpels reingehen, erwartet da aber nicht zu viel Blut. So, und jetzt kommen wir zum Spoiler-Teil. Ich hatte ja schon angeschnitten. Ich finde, der Film zerfällt ganz klein, in zwei Hälften, in der Halle. Und dann geht es aber tatsächlich, und das war in den Trailern gut versteckt, das muss man jetzt den Trailern lassen, es geht halt einen sehr großen Teil auch außerhalb der Halle etwas ab. Du sagtest selber, der hat der Teil nicht so gut gefallen, weil er dir so ein bisschen nach Thriller-Schema F doch, dass er so ein bisschen danach wirkte. Ich selber dachte, in dem Moment, wo er der Lady Raven zeigt, so hier, ich hab den gefangen, den kann ich umbringen mit einem Knopf drücken, du hilfst uns jetzt hier rauszukommen, dachte ich, jetzt wird's interessant. Und jetzt war ich dann auch an Bord. Die Wendungen, die dann kommen, hab ich schon gesagt, die sind alle nicht so wirklich gut, die sind jetzt nicht so, oh wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber ab dem Moment macht der Film halt wirklich Spaß. Also mir hat er dann als das, was er ist, richtig Spaß gemacht. Aber das ist, finde ich, interessant, weil du hast gesagt, die Wendungen, die dann kommen, für mich war nichts davon eine wirkliche Wendung. Ja, also, nochmal, ich bin ja mit der Erwartung reingegangen, weil ich Trailer gesehen hatte, okay, ich verfolge jetzt 90 bis 110 Minuten, wie die aus dieser Halle rauskommen wollen. Oh Gott, ist das langweilig. Er wird's entweder schaffen oder nicht schaffen. Und wenn er's nicht schafft, hat's einen Grund. Und wenn doch, ist es bestimmt alles so, wie bei dieser einen Dallas-Folge, ist alles nur ein Traum oder so, weil es ist ja M. Night. Und deswegen dachte ich in dem Moment so, ey, cool, er kommt raus aus der Halle und der Film ist noch nicht vorbei. Jetzt bin ich gespannt, was passiert. Und deswegen war alles danach, auch wenn sich das leider dann auf den sehr schmalen Schultern seiner leiblichen Tochter auch sehr viel tragen muss, ist das halt so darstellerisch, gerade was außerhalb von Josh Hartnett passiert oder nicht im Bereich von Josh Hartnett liegt, ist halt dünn, aber ist okay, weil das muss ich wirklich M. Night lassen. Er macht, also Figuren machen hier nicht so ganz so viele dumme Sachen, wie es im Genre sonst der Fall ist, sondern sie benutzen beispielsweise, wie die Lady Raven das Handy von dem guten Killer sich schnappt und sie macht halt keine dummen Sachen, wie ich rufe die Polizei an und dann wird die Leitung gekappt oder da ist kein Empfang mehr, sondern sie geht auf Social Media und mobilisiert ihren Social Media, ihre Follower und die hilft erstmal diesem Gefangenen, aus der Falle rauszukommen. Was ich echt, voll schlaue Idee, hätte ich nicht zugetraut. Ich hab mich dann auch zu Martin, meinem Mitschauer hingedreht, hab gedacht, egal, Social Media ist also doch gut. Also auch ein kleiner Witz vielleicht von M. Night, ein kleiner Troll-Move. Aber ich war ab dem Moment, wo alles so passiert und wo es so ein bisschen darum geht, so, ja schnappen sie ihn jetzt da oder schnappen sie ihn jetzt woanders oder schnappen sie ihn überhaupt und was ist mit der Familie, da war ich halt voll drin und nicht nur als, ja, aus der Satire, aus der schwarzen Komödie-Sicht, sondern auch so ein bisschen, dass ich dann interessiert war, wie es jetzt auch wirklich endet. Ja, ich weiß nicht warum, aber ich hatte da schon so, für mich so, die Entscheidung getroffen, ich erwarte jetzt wirklich nicht mehr, dass ich doch irgendwie was bekomme, was ich als Thriller, in Anführungszeichen, ernst nehmen kann. Und das ist auch so eingetreten, weil für mich fehlte dann einfach so dieses, dieses, wie ich schon sagte, da fehlt mir die Intensität, dieses Bedrohliche und er hatte einen Moment, wo ich dachte, oh, macht er das jetzt? Weil dann, dann hätte ich diesen Moment gehabt, den ich gesucht habe, diese Momente, wie bei The Happening, diese Selbstmordsequenzen oder so, wenn, wenn seine Familie ihn quasi enttarnt, also sie weiß, was er ist und er bleibt im Haus zurück und schließt einfach das Garagentor und ich dachte, oh, okay, und jetzt kommt doch noch so der tragische Punch, dass er sich jetzt quasi selbst das Licht ausbläst, sag ich mal. Ja, so als, dass es tragisch endet. Wir haben die ganze Zeit so, so dieses Amusement, dieses Komödienartig und dann endet der Film mit diesem Punch in die Magengrube. Aber was macht er denn nicht? Dann kommt halt wieder das obligatorische, ja, der Serienkiller, der seinen Verfolgern immer einen Schritt voraus ist, man muss auch ganz, ganz, ganz versagen, als das dümmste FBI war, was ich mir vorstellen kann. Absolut. Also dafür, dass sie so schlau sind und an alles gedacht haben, haben sie ein wahnsinnig wenig gedacht. Genau, genau. Und ich muss auch sagen, hast, wie hast du das verstanden am Ende, wenn er seine, seine Frau dann versucht umzubringen, dass, dass das FBI davon wusste und eingeweiht war, dass es die ganze Zeit der Plan war oder dass sie es nur wusste und dann versucht hat, das alleine umzumachen. Beides ist ja, wenn man ganz logisch dran geht und ich hasse eigentlich Logik, ich finde es halt nur amüsant, drüber nachzudenken. Beides ist ja letztlich total höhrenrissig. Ja, und da kommt das ins Spiel, was bei Lady Raven ich noch sehr gelobt habe, dass sie wie eine clever agierende Figur geschrieben wird. Der Rest, der danach passiert, da sind, also mit Ausnahme vom FBI, muss man an der Stelle wirklich sagen, ey, also ganz ehrlich, du kannst mir auch nicht erzählen, dass sie in so einer Limo nicht innerhalb von drei Sekunden irgendwo auffallen würden. Ja, klar, dann sind dann Fans, aber du musst doch nur eine Suchmeldung rausgeben, hier, das ist so eine Limousine, die hat das und das Kennzeichen, wir kennen das doch, na egal. Und die Frau halt immer alles auch noch besser weiß, also in dem Sinne, und das ist jetzt wirklich ein harter Spoiler, ich dachte kurz halt, dass jetzt rauskommt, sie ist irgendwie sogar eingeweiht gewesen und verteidigt jetzt ihren Mann und steckt mit ihm vielleicht sogar unter einer Decke oder sowas. Hätte ich irgendwie ganz geil gefunden, aber stattdessen ist es halt so, dass rauskommt, dass sie, sagen wir mal so, berechtigte Zweifel an seiner Person gehegt hat, weil er mal sehr dreist und sehr, sehr gut aber gelogen hat und sie in dem Moment dachte, ja, also das, wie kann das denn sein, der ist bestimmt ein Serienkiller. Ja gut, das alles noch gekauft, im Ende kommt auch raus, dass sie quasi mitverantwortlich dafür ist, dass diese Falle des Konzerts gelegt wurde, aber was ich dann wirklich zu viel des Guten fand, dass sie noch so schlau war und ihn noch mit so Sachen, mit so Mitteln toxisch, also vergiftet hat und da auch noch seinen eigenen Waffen quasi zum Opfer fiel. Da dachte ich, Leute, das ist ein bisschen viel. Also jetzt ist ein bisschen zu schlau. Der war den ganzen Abend jedem immer fünf Schritte voraus und dann frisst er diesen Kuchen, der gefühlt zur Hälfte aus diesem komischen Betäubungspulver besteht und ich wiederhole mich, das ist für mich jetzt kein wirklicher Kritikpunkt, weil das sind so logische Sachen, die haben bei mir kritisch gesehen eine andere Wertigkeit. Ja, also ich nehme das so hin. Das ist für mich kein Grund, warum ich den Film nicht mag, aber wenn man darüber nachdenkt und da haben wir es wieder, ist der Film mal unglaublich amüsant. Ja, das ist wirklich so. Und ich glaube, ich glaube wirklich, dass wir, also das Wort trollen kam jetzt schon sehr häufig vor, aber ich glaube, dass wirklich M. Night hier sehr, sehr viel mit den Augen zwinkert und hier den hier macht. Spätestens wenn, jetzt kommt wirklich der krasseste Spoiler in Anführungszeichen, ich finde nichts, also auch da wieder, ich fand das auch nicht überraschend, aber es wird die sicherlich unerfahrene Kinogängerin wird es überraschen. Er wird natürlich irgendwie gefasst, irgendwann Josh Hartnett und landet in Ketten im Transporter und muss vorher noch bei der Tochter das Fahrrad einem aufrichten. Das ist ganz wichtig. Und da hätte ich mir gedacht, Leute, der hat euch schon fünfmal verarscht. Knallt ihm jetzt einfach eine Kugel ins Knie, damit er zumindest nicht weglaufen kann. Oder irgendwas, macht irgendwas, dass der sich nicht mehr bewegt. Der darf nichts mehr alleine anfassen. Was macht er? Er nimmt sich, wenn ich es richtig verstanden habe, eine Fahrrad speichern, damit er seine Hand schnell aufbekommt. Und dann kommt wieder so ein M. Night Ding. Er blickt halt die Kamera und grinst einen rotzfrech an, so nach dem Motto, hier, guck mal, Fortsetzung? Fragezeichen. Also, ich bin auf jeden Fall noch am Start. Und da dachte ich echt, also, das ist für mich, M. Night verarscht uns hier, glaube ich, wirklich. Und denkt so, ey, ihr habt jetzt erwartet, dass jetzt auch noch das schöne Moralische kommt am Ende und die Pustekuchen. Also, ich habe euch ja vorher auch keinen Mord gezeigt, muss man an aller Stelle sagen. Es wird hier kein einziger Mord auf der Leinwand gezeigt. Das bleibt auch so. Also, ich bin gespannt. Also, würdest du dir den zweiten Teil Schwerb angucken? Ja, aber ich glaube nicht, dass der kommt, weil M. Night, man kann über den Mann sagen, was man will, aber der hat ja wirklich nie ein Hed rausgemacht, dass er für Vorzüge nicht so viel übrig hat. Und hat man auch an seinem Glas gemerkt übrigens. Ja, okay, ja, stimmt, das habe ich jetzt komplett, stimmt, da hast du recht, da hast du recht. Aber trotz allem, ich würde ihm halt zutrauen, dass das einfach das Ende ist. Das ist so ein offenes Ende und das steht für sich alleine und er ist halt immer so einen Schritt voraus und das hat für mich funktioniert, aber ich muss auch sagen, vor allem, dann warten Sie, lassen Sie ihm das Fahrrad aufheben, weil er ist ja so penibel. Ganz ehrlich, Leute, der hat zwölf Leute umgebracht, der hat den endlich bekommen, ihr habt gefühlt irgendwie sechs Stromstöße gebraucht, um den endlich mal schachmatt zu setzen, obwohl er irgendwie 20 Kilo Valium irgendwie gerade eben gepressen hat. Leute, lasst es sein, lasst also, oh übrigens, das ist auch noch eine Sache, die mir aufgefallen ist, ich habe gelesen, dass bei irgendeiner Kritik war es glaube ich, dass man, dass Josh Hartnett es sehr gut spielt, dass er sehr penibel ist und ich finde, das ist mir erst ganz, ganz spät aufgefallen, wenn er zum Beispiel im Bad ist und nochmal so dieses Handtuch nochmal so richtig zurrt, ich muss sagen, das hätte man glaube ich dann doch ein bisschen mehr herausstellen müssen, weil dann würde das mit dem Fahrrad zumindest in der Hinsicht Sinn ergeben, dass er dieses umgefallene Fahrrad wieder aufrichten möchte. Weil letztlich als FBI, nein, du lässt dir jetzt nicht das Scheißfahrrad und was ist das für ein FBI, der reißt da eine Speiche raus, das musst du doch merken, wenn du mit Achtmann daneben stehst. Das macht ja auch Geräusche, keiner redet, es muss doch irgendjemand sehen, aber wie gesagt, wir sind wieder sehr auf Logik faden und ich glaube, wenn eine Sache klar ist, dass der Film sehr deutlich eine eigene innere Filmlogik hat, die man halt kaufen kann oder halt nicht kaufen kann. Allgemein, ey, die kommen da an diesem Vorort an mit dieser Limousine und kein Interesse, bitte, wenn du bei mir am Wende haben und mit einer Limousine an, da werden die Straßen aber instant voll. Ganz ehrlich. Da kommen ja die Nutten fürs Du. Ja, okay, alles klar. Es ist wieder Dienstag, ja, ja. Gab wieder Geld, ja, okay, alles klar. Lois. Ja, ansonsten muss ich halt sagen, ich war ein bisschen enttäuscht, dass er nicht all in geht, weil ich hätte es zum Beispiel toll gefunden, wenn er am Ende rauskommt, nicht nur, dass seine Frau davon weiß und auch, dass seine Kinder, hat übrigens auch einen Sohn, das kommt dann auch noch hinzu, dass die das schon, dass die das auch wussten. Das hätte, das hätte, das hätte so was, was Boshaftes, was Garstiges dem gegeben, was ich, glaube ich, echt genossen hätte, um es mal so auszudrücken. Aber am Ende, also so überraschend ich am, in der ersten Hälfte war, wie komödiantisch der ist, so nicht gelangweilt, aber ich fand es am Ende schon ein bisschen wieder wie, und da benutze ich das gerne, wie sehr Dienstagvorschrift das dann letztlich am Ende dann doch ist. Also Sachen, die, weil das hat mir gefallen, in der ersten Hälfte war gut rauszusehen, er ist ein Psychopath, aber er ist auch immer menschlich, ja, also es funktioniert nicht alles, was er versucht, sag ich mal. aber am Ende ist es dann wieder so, ja, er kann irgendwie SWAT-Typen ausschalten und ist dann plötzlich innerhalb von drei Sekunden von A auf B und hat es geschafft, dann irgendwie die Plätze mit jemandem zu tauschen, so ein bisschen wie, wie Michael Myers in Halloween Age 20 oder so, oder Halloween Resurrection, um den Fahnen nochmal aufzunehmen. Das ist alles okay, aber das kommt eben noch dazu und erklärt auch für mich, warum ich glaube ich die erste Hälfte begegnet und die einfach ein bisschen stärker fand. Da ist er dann irgendwie sehr Genre verhaftet, weil da natürlich irgendwann diese Suspension of Disbelief, entweder kaufst du, du kaufst es nicht und wenn du sie nicht kaufst, wie es bei dir ja auch einigen KinogängerInnen so ging, dann bist du glaube ich raus, aber wenn du das kaufst und ich mag ja solche albernen Wendungen dann auch mal gerne, da war ich halt voll an Bord. Letzter Gedanke, letzter Punkt, dann machen wir auch fertig für heute. Ich hatte am Ende so ein bisschen das Gefühl, dass doch dieser eigentlich ja 0815-Killer motivationstechnisch mir fast noch ein bisschen zu sehr erklärt wird, aber auch da würde ich wieder die These oder sehe ich die These greifen, wir werden auch dabei getrollt. Ich glaube diese ganze Klischee-Triefen-Nummer mit der Mutter und schwere Kindheit dachte ich so, ja. Ist klar, M. Night. Also wir verstehen das. Wir werden ja verarscht, mach ruhig weiter so. Wie war es bei dir? Ja, es gibt ja diese zwei, drei Sequenzen, wo er seine Mutter sieht, so als Geist. Meistens immer dann, wenn er irgendwas ausgefressen hat oder halt eben, wenn er am Klo ist. Das sagt schon viel aus. Aber es wird halt nicht so richtig genutzt. Also sie machen es zwei, drei Mal und immer sehr kurz und das wird dann auch wieder so fallen gelassen. So nach dem Motto, ja übrigens, hier habt ihr den Beweis, er ist ein Psycho. Das muss jetzt auch reichen. Und dann kommt am Ende halt diese Sequenz mit der Einbildung der Mutter, dass er mit ihr redet. und dann dachte ich auch so, okay, das ist jetzt wieder so auf Level 11 gedreht. Oh nee, es ist auf Level, auf Level 10,5 gedreht. Aber es ist, mir fehlt halt die, dass die 0,5 zu 11. Ich glaube, dann hätte ich es geil gefunden. So war es einfach nur so, ja okay, nehme ich. Mich hat es, ich gucke halt gerade für eine Podcast-Vorbereitung diese ganzen alten Freilich 13. Filme. Okay. Und es ist so ein bisschen, also. Jetzt musst du Cross-Promotion machenst du. Für welchen Podcast? Für den Filmsünder-Podcast ist es ein Schweizer Filmpodcast, der, wenn ich nicht dabei bin, leider auf Schweizerdeutsch-Podcaste, das heißt, ich verstehe nichts. Wieso leider? Ich habe das gerade im Urlaub gehabt, da habe ich gedacht, guck mal, also ich war in Dänemark im Urlaub und ich dachte, guck mal, die Dänen sprechen auch manchmal ganz weird, dass ich das nicht verstehe und das ist halt Dänisch. Und dann dachte ich so, und so, guckst du mal hin, bitte, und dann, ach, ich dachte, das ist Schweizerdeutsch, geil. Ich verstehe kein Wort, aber geil. Aber weißt du was, was halt total toll ist, dieses Klischee von wegen, dass die immer sagen, oh da, das stimmt. Klischees, Klischees, weil sie fast alle immer stimmen, oder? Ja. Ist das so? Aber zurück zu Trap. Ja, ich bin eigentlich am Ende nur ein bisschen traurig, weil ich hätte natürlich, es ist nicht mehr mein M-Night, weil ich natürlich gedacht hätte, am Ende ist Josh Hartnitz Figur natürlich nicht nur der Killer, sondern es ist einfach cool ist hier aus The Sixth Sense und das kommt dabei raus, wenn man halt 20 Jahre, 25 Jahre lang immer tote Menschen sieht, irgendwann will man sie halt selber umbringen. Ja, oh, das haben wir noch gar nicht erwähnt, der Film verzichtet ja auch komplett auf Jumpscares. Ja, Gott sei Dank. Auf der anderen Seite, hattest du jemals so einen richtigen Spannungsmoment, wo du gedacht hast, oh, was passiert als nächstes, oh, was passiert hinter der nächsten Tür, weil das gar nicht. Also, maximal dieses, okay, was ist jetzt geschehen, als sie auf der Toilette diese Social Media Nummer macht und du hörst halt Schläge und du denkst so, okay, hat er jetzt mal eben schnell seine Kinder um die Ecke gebracht, weil er es einfach kann. Dafür hat aber der Film vorher, finde ich, zu viel aufgebaut, dass er halt dieses Zwei-Leben-Ding verfolgt, also ähnlich wie Dexter Staffel 4, falls sich noch jemand an den Trinity-Killer erinnern, der auch so Zwei-Leben geführt hat. Großartige Staffel, bitterböses Ende, unbedingt gucken. Genau. Und deswegen dachte ich so, okay, gehen sie den Move jetzt wirklich, dass er da seine Kinder eben killt und sie gehen den Gott sei Dank nicht. Ich war, wie ich schon sagte, ab dem Moment war ich nur noch neugierig, wie es weitergeht. Vorher in der Halle fand ich alles nicht, also da hatte ich keine Spannung und auch keine Neugier. Ich dachte einfach nur so, ja, okay, ist jetzt nett abgefilmt, so ähnlich wie Snake Eyes von Brian De Palma, wie man in der Halle jetzt die Kinder hat. Ja, stimmt, genau. Da hatte ich so ein bisschen das Gefühl was natürlich irgendwie besser inszeniert hat. Aber Neugierde war halt immer da. Ich war wirklich dann ab der zweiten Hälfte deutlich mehr am Ball, aber die ganze Zeit dachte ich so, okay, was passiert hier schon? Deswegen von mir, falls es im Fazit auch zu kurz kam, von mir auf jeden Fall eine Empfehlung, guckt euch den mal im Kino an. Ich hab noch zwei Sachen und dann können wir gerne Schluss machen. Aber das eine ist, es gab sehr viele Momente, wo ich dachte, ah, okay, du zeigst mir das jetzt, weil das noch wichtig wird, dieser sogenannte Red Herring und dann macht der nichts draus. Und auch da wieder Troll-Move. Also als Beispiel, er zeigt sehr deutlich, dass wenn die da im Konzert ankommen, dass er irgendwie so einen Pappbecher hat und er stellt ihn so vor sich hin und die Kamera verweilt, er dann auf dieses Pappbecher. Ich dachte, mein erster Gedanke war, oh, pass auf, der Film endet so, er kann entkommen, aber wegen der DNA des Bechers kriegen sie ihn noch. Der Becher spielt keine Rolle mehr. Oder aber, er schafft es mit seiner Tochter hinter die Bühne, also Backstage, auch ganz offiziell, und man sieht, dass diese Lady Raven Asthma-Gerät benutzt. Und ich so, ah, okay, ist klar, du wirst sterben, der wird doch irgendwas, nichts, gar nichts macht er damit. Und ich bin auch da so ein bisschen hin und her gerissen. Also, ich glaube, ja, es ist ein Troll-Move, wobei man muss ja ganz klar sagen, dieses, dieses, dieses Hedrit Haring, das heißt es ja, glaube ich, ist ja uralt und ist ja auch ein valides Mittel. Rian Johnson, sage ich mal hier, Glass Onion und Knives Out, macht es ja auch, wie viele andere auch, Agatha Christie, sehr legitimes Werkzeug einfach, um den Zuschauer in die Irre zu führen. Aber ich war mir manchmal nicht sicher, macht er es jetzt einfach, weil er es muss? Oder aber macht er es einfach, weil er eine Idee hat, aber diese Idee hat es dann doch nicht geschafft, so richtig. Weil es war dann doch ein bisschen arg, viele Red Herrings. Ich bin gewohnt, dass ein Film ein, zwei Red Herrings hat, aber ich glaube, ich habe mindestens fünf gezählt. Ich glaube auch da wieder, ey, wir wiederholen uns mit der Trolltheorie. Ich sehe ja fast schon so eine, so eine leichte Memberberry mit der Asthma-Thematik, weil ich bin jetzt vielleicht falsch, aber hat nicht die Tochter in Science auch Asthma? Ja, aber da wird es ja genutzt, durch die, der Sohn hat Asthma und durch diesen Asthma-Schub kann er das Gift der Aliens sich einatmen. Genau, und hier dachte ich halt so, guck mal, die hat Asthma und so wie auch du. Wird nochmal wichtig? Ja, nö, doch nicht. Ist egal. Und die zweite Sache ist, hattest du auch oft, das ist oft, aber als Beispiel, am Ende gibt es eine Szene, da ist die Frau alleine zu Hause, weil jeder weiß, Serienkiller kommen ja niemals zurück. Nein. Und man will auch unbedingt in solchen Momenten ganz alleine sein. Ganz alleine sein. Nur Polizei vor der Tür, nicht im Haus. Genau, weil was soll schon passieren? Ich will mir gleich noch ein Porno angucken, bitte gehen Sie raus. Genau, vor allem, weil das FBI bis dahin ja richtig, richtig erstkanzige Arbeitgeleitungen hat. Voll, richtige Füchse. Das F in der FBI steht für Fuchs. Genau. Und dann gibt es einen Moment, wo die Ehefrau Tee aufsetzt mit so einem Kessel und in diesem Kessel spiegelt sich der gesamte Raum. Und ich dachte mir, boah, was eine coole Einstellung. Du siehst den Raum, aber du siehst ihn komplett verzerrt und kannst irgendwie absuchen, ist jemand im Raum? Oder passiert noch irgendwas? Und dann, Schnitt weg. Und ich dachte mir, das ist schade. Das war ein richtig cooler Moment. Und von solchen Momenten hat der Film auch wieder einige. Und ich kann mir da nicht vorstellen, dass er uns vielleicht trollen will, weil dafür ist diese Einstellung dann doch zu sehr gewählt und bietet auch zu viel Potenzial. Und das ist für mich ein Schwachpunkt, weil wir auch gesagt haben, das ist wie mit der Arena. Das ist als Setting unglaublich toll, aber er nutzt es nicht. Und das finde ich halt echt schade. Fandest du das auch schade? Oder war es bei dir dann auch so, wo du dachtest, ja komm, was soll's, ist eh vorbei. Ich erwähnte ja schon mal, oder die Frage mit dem verlorenen Mojo. Ich glaube, dass selbst der letzte Film, also Lock and the Cabin, da hätte er mehr draus gemacht aus solchen Szenarien. Und das macht er hier halt nicht. Und das finde ich total schade. Ich glaube auch wirklich nicht. Also wenn er uns komplett trollt, dann sagt er hier, kennt ihr auch Suicide Squad hier von James Gunn mit dem Helm, wo man den Kampf nur im Helm sieht. Ja, mache ich nicht. Könnt ihr vergessen. Aber er macht's ja, ich finde, er übertreibt's ja sogar noch mehr. Er macht ja nicht nur, dass er diesen Suspense-Moment klaut, sondern er macht's ja auch völlig offensichtlich durch den nächsten Schnitt. Die Kamera bewegt sich wie der Killer. Das heißt, du weißt, ach so, der steht jetzt hinter. Ja, alles klar. Ich kann mir nicht helfen. Entweder ist es zu sehr nach dem Motto, nee, also Leute, ich hab hier keine Lust, so Genre-Tropen auszuspielen. Dafür könnte ich M. Night, also ich könnte mir das durchaus vorstellen, ohne ihn persönlich zu kennen, dass der auch so ein bisschen geil ist, wie er das so macht. Oder aber tatsächlich, er fand sie in Szenierung schon bei Knockout & Kevin, dass er gesagt hat, ja, war ganz cool, aber ich würd's gern noch weiter runterschrauben. Und das find ich schade, weil dann verliert er für mich irgendwann wirklich so sein. Also wenn er gar keinen, gar keinen krassen Schluss-Twist mehr hat und auch keine tolle Kameraarbeit und ins Cineo mehr hat, dann ist M. Night Shyamalan ja doch nichts anderes als so ein Handwerker. Und jetzt stell dir mal vor, du bist nicht der Cine- und Filmaffine Timo, der ist schon irgendwie so und so viel, versuch es einfach, bitte, für mich, ja. Stell dir mal vor, Ah, schwierig. Also du bist jetzt nicht... Stell dir bitte mich mit einem Fächer in der Hand vor. Genau, genau. Du bist jetzt nicht der Timo hier, der als Video-TK unterwegs ist, der bei Kino Plus auf der Couch oder auf der ehemaligen Couch ist mit dabei. Es gibt ja keine Couch mehr, böse, böse. Jetzt schneidest du aber einen wunden Punkt an, ne? Ja, ich weiß, ich weiß. Da sitzt ja jetzt immer nur noch die Schlogger. Das siehst du ja auch. Und wir finden es toll. Total, total. Liebe Grüße. Wir freuen uns echt. Wir freuen uns. I'm so happy for you. Ist ein bisschen wie bei den Oscars, wenn man nicht gewonnen hat und dann so dieses... Also stell dir mal vor, du bist jetzt nicht keiner, der jetzt weiß, wer in der Schermann ist. Du weißt, du bist jetzt nicht der Timo, du bist jetzt die Ursel aus Wuppertal. Du gehst im Jahr 1,5 Mal ins Kino und guckst jetzt Trap an. Würdest du verstehen, dass das eine Satire ist oder würdest du das erkennen oder würdest du immer sagen, nee, es ist nur ein Thriller? Weil ich finde das immer ganz spannend, weil wir ja durchaus, ich möchte uns jetzt nicht so rufieren, aber wir haben ja schon eine andere Sicht auf diese Art von Filmen als andere. Das ist ja nicht böse. Nö, aber als Ursel würde ich sagen, also der Ursel ist ja nicht aus dem Rheinland, sondern ist ja aus Westfalen. Also Wuppertal ist ja aus Westfalen. Würde ich sagen, das war alles ein bisschen weit hergeholt, aber spannend fand ich das schon. Weißt du, was mir Jutief fallen hat? Dass da nicht so viel Blut drin war. Also ich kann ja Horror, kann ja nichts mehr anfangen. Aber das war spannend. Aber das war schon ein Thriller. War schon ein Thriller. Ja. Ja, ich glaube, dass das Otto-Normalpublikum nicht diese Metaspielereien und diesen satirischen schwarzen Komöden, diesen Ansatz dann nicht haben. Wir werden viel haten. Ich glaube, die Bubble wird viel haten. Die wird wieder sagen, oh, er kann es nicht lassen. Ich selber habe dann, ich gehe deutlich positiver raus als aus Knock at the Cabin. Ich fand den von den letzten Scheiben-Alarms durchaus vielleicht sogar nach Split den sehenswertesten. Zum einen muss ich sagen, um das auch mal ein bisschen einzuordnen. Zum einen muss ich sagen, wir sind schon so ein bisschen die elitäre Wichser. Ja, sind wir auch. Muss man ganz klar sagen. Jeder, der dem Film nichts abgewinnt kann, ich kann es ja nachvollziehen. Das ist kein Film, also wenn mir jemand sagt, der Pate ist nicht gut, dann sage ich, Alter, du spinnst. Wenn mir jemand sagt, Trip ist scheiße, sage ich, ja, ich kann es verstehen. Ja, absolut. Ich brauche jetzt nicht eine Brücke, ich baue jetzt eine Brücke. Oh, das muss der Schnitt regeln. Das mache ich nochmal. Ich baue jetzt eine schöne Brücke. Apropos elitäre Wichser. Wenn ihr mehr von diesen elitären Wichsern hören wollt, dann müsst ihr natürlich den Tele-Stammtisch als Podcast abonnieren bei Spotify, bei Apple und wo das überall noch so geht oder im Podcatcher eurer Wahl. Und wenn ihr mit diesen elitären Wichsern auch ein bisschen mehr kommunizieren wollt, so direkt so. Also sprecht uns, habe ich vor kurzem wirklich, also kein wirklich, also ein bisschen Mario Bart. Das ist wirklich passiert, wirklich passiert. Ich war vor kurzem auf einer Pressevorführung und wurde abends von einem Instagram-User angesprochen. Warst du heute in Hamburg bei der Long Legs-PV? Und ich so, ja. Ja, ich war da auch. Dann habe ich nur gesagt, ja cool, sprich mich doch beim nächsten Mal einfach an. Also ich beiße nicht. Man kann uns, also wenn ihr uns vor Ort seht, und das wird wahrscheinlich nur wenigen so gehen, aber dann sprecht uns auf jeden Fall an. Wenn wir auch mal normal im Kino sind sowieso. Wenn ihr uns dann kennt. Aber wenn ihr mit uns so sagt, nee, ich traue mich nicht und ich bin eher so der virtuelle Typ und so tippen kann ich total gut. Wir haben jetzt einen Discord-Server. Jetzt ist der gar nicht mehr so furchtbar neu, aber er ist noch so frisch, dass wir ihn sehr gerne bewerben. Da könnt ihr euch über diverse Themen austauschen. Über House of the Dragon, über The Boys, über die kommende Harry Potter-Serie, über, also was bei uns immer geht, ist ja Star Wars. Also das ist ja, also das ist ja ein Phänomen. So kacke die Serien alle sein sollen. Welcher Kugel war es? Der Star Wars. Ja, der Star Wars. Ja, der Star Wars Channel ist sehr voll immer. Also da wird sehr viel gepostet, sehr viel geschrieben. Also da unbedingt mal reinschauen. Verlinken wir auch in den Shownotes. Ansonsten findet ihr uns überall, wie der Smacks hier immer so schön sagt, überall, wo es Likes gibt. Den Studio hört ihr dann bei den Podcasts, ich zähl jetzt mal auf, Schocker mit Schlocker. Also eigentlich bei jeder 0,5. Besprechung des Tele-Stammtisches. Dann bei Film, wie hieß das nochmal? Nee, beim Film, so einer Podcast, bin ich nur zu Gast. Das ist jetzt kein regulärer. Ja, aber da bist du, also du bist ja Gast. Also man ist ja nur zu Gast, wenn man was kann. Das sehe ich anders. Ja, nee, also, meinst du, die Schweizer haben es so nötig? Ja, schon. Es sind Schweizer, also. Lassen wir es so stehen. Ja. Gut, was haben die außer Roger, Feder und Ricola so? Hast recht. Käse. Gute These. Ah, stimmt. Stimmt. Und das rote Kreuz. Ach, das ist überbewertet. Ja, stimmt. Und diese vermalte Neutralität, die wollen wir auch nicht mehr haben. Ja, ansonsten würde ich jetzt abbinden. Ich habe uns empfohlen, für die Liebhaber bei Discord, ihr sollt uns folgen bei den ganzen Social-Media-Plattformen. Da könnt ihr auch ab und zu einfach mal was bei uns sehen. Immer ein Like drücken. Positive Bewertungen bei Spotify und Apple Podcasts sind immer geil für uns. Sperren uns nach oben. Und ich bin ansonsten nicht in die Falle gegangen. Da gehe ich nämlich jetzt hin. Es ist spät geworden. Deswegen sage ich, auf dieser Welle, auf dieser Frequenz, wir wollen es ja auch nicht so teuer machen, sage ich, schönen Abend, schönen guten Morgen, schönen guten Tag und wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, eine wunderschöne Woche oder ein wunderschönes Frühstück, wie auch immer und wann auch immer ihr uns hört. Und du hast natürlich, ich übergebe ihm das Excalibur dieses Podcasts und du hast das letzte Wort. Ja, vielen Dank an Timo. Vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Und ich möchte noch festhalten, der Timo und ich, wir sind elitäre Wichse, aber wir sind liebenswert. Bis dahin. Alles Gute. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcastplattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.